Jeder Mensch betet doch irgendetwas an. Ganz ehrlich, oder? Erzählen Sie mir nicht, dass Sie nichts anbeten, dass Sie kein Objekt der Hingabe haben, dass Sie an nichts glauben. Das geht gar nicht, oder? Menschen beten Dinge an. Männer beten die Frauen an. Wenige Frauen beten die Chippentails an. Manche beten den veganen Lebensstil, das ist das einzige Richtige, was es gibt. Manche die Jagd, manche den Sozialismus, manche den Liberalismus, manche den Kommunismus, manche den Faschismus, manche den Apfelmus. Apfelmus ist sicher das Gänzübel von allen Musen, die man anbeten kann. Manche beten den Michael Jackson an, manche glauben Elvis lebt. Manche beten den Valentino Rossi an. Das ist schon ein Halbgott auf dem Motorrad, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ja, also, ich knirn jeder vom Rossi, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Frage. Manche beten irgendeine Marke an, sie geben sich einer Marke hin. Harley Davidson zum Beispiel ist für viele ältere Herren, so in meinem Alter, über 50, ein Objekt der Hingabe. Keine Frage. Das schaut ja nett aus, kann man nichts dagegen sagen. Das ist ja, ich kann das auch verstehen, wenn ich jetzt ein älterer Herr bin, bis ich über 50 denke mir, irgendwas muss noch passieren in meinem Leben, irgendeinen Kick brauche ich noch, irgendwas. Dann schaust du aber in den Kontostand, der Ferrari geht sich leider nicht aus. Die Sekretärin buddert einen Trosti nicht. Puh, na, was bleibt da? Kaufst du eine Harley und bist da wieder Hund. Wenn ich das Gerät jetzt nur benutze, ist das okay. Nur wenn ich dann anfange, meine Harley Davidson Jacke zu kaufen, wenn man groß Harley Davidson hinten rumsteht, wenn ich dann im Frühstückscafé aus dem Harley Davidson Heberl schlürfe, wenn ich Harley Davidson Unterhose habe, wenn ich Harley Davidson Kugelschreiber benutze, dann mit Gleichgesinnten zum Farkasee vor zum Harley treffen, dann bin ich Teil einer Glaubensgemeinschaft. Da gibt es nichts zum Schönreden eigentlich. Und wenn ich dann noch irgendwann behaupte, Harley ist ja nicht nur ein Motorrad, das ist ja auch eine Lebenseinstellung, dann bin ich eigentlich ein religiöser Fanatiker. Oder ich bin jemand, der mit religiösen Fanatikern gute Geschäfte macht. Nämlich ein Harley-Dealer. Die wirkliche Religion ist dann für den nicht Harley Davidson. Seine Religion ist die Gewinnmaximierung logischerweise. Stückzahlen, Stückzahlen, Stückzahlen. Manche beten ihren Körper an, gar nicht so wenig. Also nicht den Körper, man betet ja das an, was nach außen wirkt von seinem Körper. Wie man auf die anderen wirkt, das Aussehen, die jugendliche Erscheinung, die Vitalität, die man ausstrahlt. Da kannst du nur verlieren auf lange Sicht. Da gewinnen hundertprozentig die anderen. Ewige Jugend, alles machbar, Herr Nachbar. Optisch, okay, optisch. Dann ist der Geist irgendwann einmal verstorben, ist bereits am Verwesen, man riecht es meistens dann schon ein bisschen. Die Körpersäfte sind verbilzt, sie sind verdümpelt, aber die Haut ist glatt wie ein Baby-Arsch. Das ist wichtig. Ja, bitte? Der Gast ist da. Ah, der Gast. Ich freue mich. Sagen Sie, eine Frage. Was wären Sie eigentlich, wenn Sie keinen Körper hätten? Haben Sie über das schon mal nachgedacht? Was wären Sie eigentlich? Stellen Sie sich nur vor, Sie hätten keine Arme, Sie hätten keine Beine, Sie wären nur ein Rumpf sozusagen und ein Kopf. Was sind Sie dann? Was Sie hundertprozentig nicht sind, ist Georg Frauberger. Also Georg Frauberger ist mein heutiger Gast. Er ist Buchautor, er ist Psychologe und kam als Kind ohne Arme und Beine auf die Welt und führt, soweit ich ihn kenne, eigentlich ein sehr, sehr gutes Leben. Auch ohne Arme und Beine. Also die Frage ist, muss etwas Hand und Fuß haben, um gut zu sein? Schwierige Frage. Also die nächste Werbeinschaltung, die jetzt folgt, hat sicher Hand und Fuß, aber dafür hat sich keine Seele, weil Konsum ja im Prinzip etwas sehr, sehr Seelenloses ist. Und jetzt konzentrieren Sie sich noch kurz. Ich hole jetzt den Georg Frauberger. Sie können sich die Werbung anschauen oder nicht, aber vorher merken Sie sich jetzt, was Sie sehen. Schauen Sie sich das an, merken Sie sich das an. Haben Sie sich das an. Haben Sie sich das gemerkt? Wunderbar. Na und dann schauen Sie nach der Werbung und wenn Ihnen irgendwas auffällt, wenn irgendwas nicht stimmig ist, dann schreiben Sie die richtige Antwort, wie immer an die Kasperlpost.